Es ist mal wieder Zeit für einen Disney-Hall. Hallo meine Lieben, wie ich euch wieder eingeschaltet habe zu einem neuen Disney-Hall und zwar vom Monat September. Ja, wieder wie immer, jeden Monat zeige ich euch, was ich so geshoppt habe und ihr seht schon am Hintergrund, aus meiner neuen Wohnung. Ja, so sieht es aus. Ich weiß noch nicht, ob das mein fester Hintergrund wird oder ob ich ihn wechsle. Ich habe ja verschiedene schöne Disney-Deko und mal sehen. Das entscheide ich mal, weil ich mich jetzt für den entschieden habe. Da steht mein Disney-Lego-Schloss und so ein bisschen Halloween-mäßig und ja, passen auch zu meinem Outfit und zur Season. Und ja, genau. Also mal sehen, ob ich dann den Hintergrund jetzt ändere in den nächsten Videos. Aber ja, das erste Video aus meiner, also in der Position aus meiner neuen Wohnung. Es gibt ja hin und wieder jetzt schon Umzugs-Vlogs und aus der Wohnung. Ich glaube, ich muss jetzt gleich niesen. Ja, Entschuldigung. Ich habe mir ein Gratis-Souvenir aus dem Saint-Paris, war die Erkältung. Kein Corona, ich habe einen Test gemacht. Ja, das hatte ich beim letzten Mal schon, dieses Mal auch wieder. Das gibt es dann gratis dazu, aber ich war nicht die Einzige tatsächlich, als ich das bei Instagram gepostet habe. Haben viele auch geschrieben, ja, ich habe auch eine Erkältung mitgebracht und so weiter. Also ja, gibt es gratis im Disneyland aktuell dazu. Kostet nichts. Ja, ich habe was von Shop Disney nur eine Sache, dann natürlich aus dem Disneyland Paris. Bei EMP habe ich mal wieder bestellt und ja, so ein paar Kosmetik-Sachen. Und am Ende habe ich noch was von Harry Potter. Passt jetzt nicht genau zum Disney-Hall, aber ich weiß, es gibt auch einige Harry Potter-Fans. Und ich dachte mir, packe ich es einfach hier rein, weil ich euch die Sache natürlich nicht vorenthalten möchte. Ja, und ich würde sagen, wir starten mal mit EMP. Ja, also statt mir mit EMP, da habe ich ja lange nichts mehr bestellt. Es gab ja Zeiten, da habe ich so viel von EMP bestellt. Aber das hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Monaten. Aber jetzt hat er die Halloween-Season gestartet und ich hatte schon so einige Sachen auf meiner Wunschliste, wo ich dachte, okay, die waren jetzt auch im Sale und passend zu Halloween. Deswegen dachte ich, komm, bestellst du sie. Und das eine Outfit hatte ich bereits im Disneyland Paris an. Also wenn man einen Disneyland Paris-Vlog gesehen hat, der kennt das Kleid schon. Für das Kleid habe ich 35 Euro bezahlt, minus 15 Prozent gab es da nochmal. Das ist dieses Latz-Kleid. Wie gesagt, hatte ich schon im Disneyland-Vlog an, an dem Samstag. Nee, Samstag nicht, an dem Sonntag, zum Start der Halloween-Season. Genau, ist wie gesagt ein Latz-Kleid. Der ist jetzt auch angezogen. Man kann es aber auch nur als Rock tragen. Und dann hat man hier dieses Letzchen vorne noch drunter hängen. Und da steht, buh, drauf. Genau. So, ich habe jetzt hier Größe, jetzt muss ich kurz auf die Hände gucken, XL bestellt. Ist aber aktuell wieder ausverkauft. Also schaut mal bei EMP vorbei, ob es nochmal reinkommt. Wie gesagt, ich habe XL bestellt. Nicht, weil es mir L zu klein wäre, sondern Nina hatte das ja letztes Jahr auch schon an. Und sie hat gesagt, dass es so kurz ist. Deswegen habe ich mir extra XL bestellt, damit der Rock ein bisschen länger ist. Und bei mir war es jetzt tatsächlich ideal. Ja, dann habe ich mir noch ein weiteres Halloween-Stück bestellt. Und zwar passend zu meiner Spider-Tasche. Jetzt hier ein bisschen alles verrutscht. Fandet ihr auch cool in den Vlogs und in den Storys sind die Ohren. Die sind auch von EMP. Passend zu meiner Spider-Tasche von Stitch-O-B bei Lounge-Fly, die ich ja letztes Jahr gekauft habe. Und ja, ihr habt hier Mickey und Minnie als Spinne. Was ein bisschen störend ist, ist dieses Gewackel. Oder die bleiben hier manchmal so auch hängen oder so. Wenn man hier so, genau. Aber die leuchten auch im Dunkeln. Man kann die Schleife abnehmen. Das heißt, auch männertauglich. Dann sieht das so aus. Oder man kann die Schleife wieder dran machen. Natürlich können auch Frauen ohne Schleife rumlaufen. Die waren leider nicht im Sale. Die habe ich für 35 Euro minus 15 Prozent bekommen. Oder gekauft. Aber ich fand die so schön. Und ich habe echt positives Feedback von euch bekommen auf Instagram zu diesen Ohren. Ja, das waren die zwei Halloween-Sachen. Und dann habe ich auch schon sehr lange auf meiner Wunschliste ein Sport-Set gehabt. Und zwar das Sport-Oberteil hat 25 Euro gekostet ohne Rabatt. Und die Leggings 30 Euro. Und zwar ist es dieser Sport-BH. Und was ich daran so cool finde, ist, dass es so hidden, wirklich so hidden Mickey sind, dass es echt keinem auffällt, wenn es keiner weiß. Also klar, hier ist die Mickey vorne auf der Brust. Und wenn man genau hinsieht zwischen den Blumen, seht ihr Mickey und Minnie. Aber das ist so dezent. Das liebe ich da dran, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch vor demnächst auch wieder mit Fitnessstudio auch anzufangen hier, wenn mir die Zeit irgendwann da ist. Aber erst muss ich mir hier in der Wohnung alles sortieren und mir noch mit dem ganzen restlichen anmelden, was mir noch hier bevorsteht. Und dann vielleicht irgendwann während der Winter-Season melde ich mich dann hier im Fitnessstudio an. Aber ich mache ja auch Sport zu Hause, wenn ich nicht gerade erkältet bin oder umziehe. Aber das ist wirklich in letzter Zeit zu kurz gekommen. Also da muss ich auch wieder ran. Und wie gesagt, die passt eine Hose dazu in derselben Optik. Und was ich auch cool finde, ist, die hat hier so Seitentaschen. Man kann da das Handy reinstecken. Und ihr seht wieder diese hidden Mickey und Minis. Und von Weitem wird man nie denken, dass es Disney ist. Das finde ich, muss ich sagen, echt cool da dran. Weil es nicht in your face ist. Ich mag das Design. Schwarz und mit Blumenprint. Ja, hatte ich lange auf der Wunschliste und jetzt dachte ich, bestellst du es mal mit. Und das war alles von EMP. Machen wir weiter mit Sonstigem, sage ich mal. Und zwar habe ich mir das lustige Taschenbuch von Disney 100 bestellt. Gab es bei Amazon für 12 Euro. Packe ich euch den Link natürlich unten in die Infobox. Und ich bin jetzt nicht so der lustige Taschenbuch-Leser. Aber zum 100. 100. Geburtstag muss ich sagen, ich finde das Cover cool. Und es ist natürlich eine besondere Ausgabe zum 100. Geburtstag. 100 Jahre Disney gebührend gefeiert mit 8 exklusiven Episoden. Dieses Buch ist wirklich einzigartig, denn zur Feier von 100 Jahre Disney reißt dieser Band in die Vergangenheit und in die Zukunft zugleich. Die großartigen Geschichten wurden auf Basis von weltbekannten Disney-Kurzfilmen komplett neu geschrieben. Und alles ist jetzt anders, weil als es einmal war. Das steht hinten drauf. Und wie gesagt, gibt es bei Amazon, verlinke ich euch unten, meine Storefront. Und wo wir gerade beim Thema 100. sind. Wir sind ja auch vor Ort im Disneyland Paris am 100. Geburtstag von Disney, am 16. Oktober. Ich bin nicht allein. Brina ist da, Daniel ist da und gefühlt 1000 noch andere von euch. Die Sam ist wieder da. Die wird uns auch, die wird auch kurz mal zwischendurch zu uns stoßen. Der Carsten. Also wir sind wieder eine richtig große, coole Truppe. Und ich freue mich auf den Tag, der wird in mich schon mal ganz besonders. Ich habe noch nicht viele Infos. Es gibt natürlich Gerüchte, die ich gehört habe, aber die werde ich hier nicht teilen. Und ja, von Disneyland Paris selbst wird es auch noch was geben. Aber dazu wirklich später mehr oder halt in den Vlogs. Weil es ist ja schon nächste Woche. Also so viel, so lange ist es tatsächlich nicht mehr. So am Freitag fahre ich wieder Richtung Disneyland Paris. Samstag und Samstag kommen Brina und Daniel nach. Da werden wir aber hauptsächlich in Disneyland Paris sein, in der Stadt. Aber Daniel und ich werden morgens noch in die Ex-for-Magic-Ars gehen. Und dann holen wir irgendwann Brina mittags am Bahnhof ab. Sonntag sind wir dann im Park. Montag sind wir dann im Park. Und Dienstag bin ich dann wahrscheinlich nochmal alleine im Park. Also wenn ihr da seid, meldet euch gerne bei mir bei Instagram. Vielleicht können wir ja auch die ein oder andere Zeit miteinander verbringen an einem Dienstag. Ja, und am 16. Oktober ist noch was, wo ich das dann auf Instagram posten werde und vielleicht dann später im Vlog noch erwähnen werde. Also am 16. Oktober müsst ihr die Augen aufhalten, weil, ja, sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich möchte jetzt hier noch nicht so viel verraten, aber ich bin auch irgendwo noch vertreten zum Disney 100. Mich kann man noch hier in der Schweiz irgendwo dann sehen. So viel verrate ich schon mal. Aber am 16. Oktober dann in den Storys vorbeischauen. Und dann, ja, verlinke ich euch das dann auch an dem Montag. Ja, also das lustige Taschenbuch. Und dann von Shop Disney, das ist das Einzige, was ich bestellt habe. Es war nämlich im Sale. Ich weiß jetzt nicht, was ich dafür bezahlt habe. Ist dieser Hoodie. Mit dem habe ich auch schon lange geliebäugelt. Der war dann im Sale. Walt Disney Studios. Finde ich ganz cool. Und, ja, ich bin eh so ein Fan von Hoodies. Ich weiß nicht, was er jetzt am Ende gekostet hat. Ist auch zum Disney 100. Von dieser Eras-Kollektion, glaube ich. Und ich habe jetzt Größe S, glaube ich, bestellt in dem Hoodie. Ja. Der ist dann, also der passt mir. Ist natürlich ein Netz. Also ein T-Shirt oder so kann ich nicht mehr drunter ziehen. Aber ein M gab es den leider nicht mehr. Jetzt müsste ich nach dem Preis mal schauen. Also mit Rabatt hat er nur noch 27 Euro gekostet. Dafür finde ich es echt voll. Okay. Und das war es von Shop Disney. Also irgendwie diesen Monat Shop Disney habe ich mich zurückgehalten. Es gab jetzt natürlich neue Christmas Merchandise. Auch neue Spirit-Jerseys zu Weihnachten. Und auch ein Lounge-Fly und natürlich Ornamente und Deko und keine Ahnung. Aber ich habe so viele Christmas-Jerseys. Also wenn sie jetzt mir super gut gefallen hätten, dann hätte ich mir natürlich einmal bestellt. Aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Den blauen fand ich schon ganz schön. Aber ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von der Walt Disney World Schrift am Rücken. Weil ich die einfach nicht so schön finde, wie jetzt Disneyland oder Disneyland Paris. Und ja, vielleicht kommt ja noch ein neuer mit Disneyland Paris Aufschrift. Und deswegen dieses Jahr erst einmal Shop Disney zurückgehalten. Ich habe so ein paar Sachen auf der Wunschliste, aber da warte ich vielleicht dann auf Sale. Und wenn es ausverkauft ist, dann ist es halt ausverkauft. Aber ja, ich habe genug Weihnachtskramm, sagen wir mal so. So, machen wir weiter mit der Kosmetik. Ja, die Mädels, Nina und Brina, wenn wir irgendwo einkaufen gehen, schicken wir uns die Sachen in der Gruppe. Und dann kann jeder dann sagen, ja, bring mir das mit, bring mir jenes mit. Und da ich ja nicht mehr so oft in Deutschland bin, haben die Mädels mir dann was bei Rossmann, glaube ich, gekauft und DM. Bin ich jetzt, glaube ich, genau, Rossmann und DM. Einmal hier von Essence diese Hydra-Gel-Eye-Patches. Und das Coole da dran ist, schaut mal, da ist eine Mickey-Shape unten in diesem Patch drin. Mega süß, ich weiß leider nicht mehr, was es gekostet hat, weil die Mädels mir das da rennen. Direkt, wir haben so eine App, Splitwise, und da tragen wir mal alles ein. Wenn irgendjemand das kauft oder Hotelbuchungen oder so, dann sind wir da alle vertreten. Und dann kann man das super easy eintragen und dann rechnet Splitwise halt alles zusammen. Ja, das nutzen wir eigentlich bei unserer Truppe, egal wo wir unterwegs sind, als Schuldenrechner. Das nenne ich mal so. Und dann habe ich hier noch diesen Essence Lip Balm, Fruity Lip Balm mit 10% Almond Oil. Mit auch eine Mickey-Shape oben drin. Ich hoffe das, ja, so sieht man es. Habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Und dann zweimal von Isana, das ist dann von Rossmann, einmal das Deo Spray mit Susi drauf und ein 2-in-1-Dusch-Schaum und Bodylotion mit Marie drauf. Es kommt jetzt auch, glaube ich, eine Rapunzel-Kollektion zu Rossmann von Isana. Also einfach mal die Augen aufhalten. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber die Produkte sind ja generell nicht ganz so teuer. Ja, bevor wir zu Harry Potter kommen, das habe ich ja gesagt, mache ich zum Schluss, machen wir mit Disneyland Paris weiter. Und ich war ja nur einmal eigentlich da, aber zwischendurch hat mir Daniel was mitgebracht und Björn hat mir was gekauft. Und den Rest, den habe ich selbst gekauft, jetzt letztes Wochenende. Fangen wir an mit den Karten, die die liebe Iris für uns gesammelt hat und uns dann gegeben hat. Ja, das sind diese Sammelkarten, würde ich sagen, das sind die von Avengers Campus. Zum ersten Geburtstag vom Avengers Campus gab es die. Ich bekomme auch so viele Fragen, gibt es die dann nur zu gewissen Anlässen? Ja, leider. Und das ist noch nicht vom Avengers Campus, genau. Und ihr bekommt die halt immer von Castmemmern. Halloween gab es noch keine. Ich weiß nicht, ob die noch kommen. Letztes Jahr gab es auf jeden Fall Sammelkarten zu Halloween. Und die sind natürlich sehr begehrt. Auch zur Princess Celebration, ich glaube, es gab es 16 Stück. Hier gab es jetzt vier zum ersten Geburtstag. Und dank der Iris habe ich die alle vier jetzt bekommen. Und dann hat sie noch die Together Karte für uns gesammelt. Super lieb. Also vielen Dank, Iris. Freut uns sehr. Die sind ja wirklich heiß begehrt, diese Karten. Werden auch bei Ebay, glaube ich, gehandelt oder so. Ja, ich habe hier nicht alle. Also was es ja immer so gab, aber ich weiß noch nicht. Ich habe die nicht weggeschmissen, aber die sind bei mir irgendwo vergraben. Ich muss hier irgendwann mal beim Aufräumen nochmal alle suchen. Und irgendwie vielleicht ein Sammelalbum oder so. Weil das Problem ist, die sind größer als die Locana-Karten. Das heißt, ich kann es auch nicht ins Locana-Album stecken. Naja, egal. Das war auf jeden Fall kostenlos. Dann, wenn ihr unseren Vlog gesehen habt oder unser Reel auf Instagram, wisst ihr, das ist dieses Sektglas jetzt. Mir gehört vom 100. Geburtstag. Also ich finde es eine Katastrophe. Mit Champagner hat es 20 Euro gekostet. Und ja, ich hoffe, man sieht, da ist Disney 100 drauf. Das ist die... Oh Gott, das ist ganz schön schwer zu zeigen. Ist was runtergefallen? Vorne ist das Schloss und hinten ist halt das Disney 100 Logo. Und das Glas ist halt so schwebend in diesem Ding. Aber, also, ich finde das nicht schön. Wir haben es ja fürs Reel gekauft und halt den Champagner getrunken und so. Also, ähm, aber, naja. Das gab es auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal hier wieder was aufheben. Dann, äh, genau. Björn, habe ich ja gesagt, Björn hat mir was mitgebracht. Und zwar Tassilo als Schulterpuppe. Kostet in den Parks 20 Euro, ist aber aktuell wieder ausverkauft. Deswegen, ich hatte so Angst, dass, wenn ich dann da bin, dass es ausverkauft ist. Weil wir wissen, wie beliebt diese Schulterpuppen sind. Und als Beauty and the Beast Fan musste ich Tassilo kaufen oder haben. Äh, mit Jahreskartenrabatt hat er dann 16 Euro gekostet. Äh, vielen Dank nochmal Björn an dich. Und er hat ihn mir dann jetzt am Jahreskarten-Event übergeben. Ja. Gibt es auch online. Ich weiß nicht, ob ich immer noch. Aber ich habe ihn vor zwei Tagen online bei Shop Disney gesehen. Aber für 30 Euro. Ich weiß, die sind super beliebt. Und aktuell im Park wieder ausverkauft. Aber für 30 Euro für eine Schulterpuppe? Naja. Ähm. Und es gab Chip and Dale als Schulterpuppe bei Shop Disney, wo wir jetzt beim Thema Chip and Dale sind. Äh, fand ich auch cool. Aber die haben, glaube ich, 40 oder 45 Euro gekostet. Also, da warte ich lieber, bis sie vielleicht in die Parks kommen. Aber die Ranger Ohren sind im Park noch mitgekommen. Originalpreis 35 Euro mit Jahreskartenrabatt minus 20 Prozent. Ich habe ja noch die Infinity. Und ich habe lange mit mir gehadert. Kaufst du sie? Kaufst du sie nicht? Werde ich sie überhaupt jemals anziehen? Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, ich finde sie schon mega süß. Äh, die Ranger Ohren. Und was ich cool finde, ist, dass es wirklich eine Lupe hier. Und hinten habt ihr, ich weiß gar nicht gerade, wie sie heißt. Und das sind tatsächlich meine ersten Disney in 100 Decades Ohren. Ich weiß nicht, ob es die letzten werden. Weil die Schön und das Biest Ohren finde ich jetzt auch nicht so geil. Obwohl, als Schön und das Biest Fan. Aber irgendwie haut es mich nicht um. Ich gucke es mir mal live an. Und, ähm, ja. Die anderen fand ich auch nicht. Also, Dschungelbuch fand ich schon schön. Aber ich bin halt nicht der große Dschungelbuch Fan. Deswegen habe ich es mir auch nicht geholt. Aber ja, genau. Die, meine ersten Decades Ohren. 35 Euro ohne Rabatt. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall ein paar für die Sammlung. Und ich weiß, ihr wollt ja meine Disney Ohrensammlung sehen. Und ich bin ja jetzt in der neuen Wohnung. Und es steht auf jeden Fall auf dem Plan, ähm, dass ich euch die Ohrensammlung noch abfilme. Dann ist auch ein guter Moment, sie zu sortieren, auszusortieren vielleicht. Um Instasale zu verkaufen ein paar. Und auch mal so zu sortieren. Weil aktuell sind irgendwie, also ich habe die in den Kölben hier hinten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ähm, und unsortiert. Also alles ist irgendwo durcheinander. Und ich möchte die gerne nach Weihnachten halt sortieren. Nach, ähm, Halloween. Und vielleicht nach Farben oder so. Ähm, genau. Aber aktuell sind sie total durcheinander. Das heißt, ich suche jedes Mal irgendwelche Ohren. Ja, äh, bleiben wir bei Ohren. Und zwar hatte Daniel, als er im Park war, für... Gott, jetzt möchte ich mal gucken. Ah, ne, das ist umgedreht. Das hat sich... Das ist ein bisschen schwierig hier mit diesen Ohren. Also Daniel war ja im Park, ähm, als die Attractions-Kollektion neu rauskam. Und, ja, wir haben ja immer Angst, dass wir dann was nicht bekommen. Und, ähm, ja. Deswegen habe ich gesagt, Daniel, oder gefragt, Daniel, könntest du mir die Small World Ohren und das passende T-Shirt mitbringen, weil ich das unbedingt gerne haben möchte. Und das war doch das Einzige, was ich bisher unter dem Schirm, den ich euch gleich zeige, das Einzige, was ich von der Attraction-Kollektion jetzt gekauft habe. Ja, es sind natürlich noch schöne Sachen, aber Spirit-Jerseys von den Attraktionen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen, It's a Small World Spirit-Jersey hätte ich mir vielleicht gekauft. Nicht, es ist nicht meine Lieblingsattraktion. Also, meine Lieblingsattraktion ist ja Tower of Terror. Davon gibt es auch Merch. Aber irgendwie... Ich habe ja die älteren Tower of Terror Ohren, den Jersey vielleicht irgendwann mal, aber aktuell nicht. Und ich finde die Farben halt von It's a Small World super von der Kollektion. Und, ähm, ja. Die Ohren haben 35 Euro gekostet im Park ohne Jahreskartenrabatt. Ähm, ja, hier dieses Fax schon wieder. Aber was ich jetzt neu entdeckt habe, gerade eben, hier ist ein QR-Code. Was macht der QR-Code? Das interessiert mich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Gucken wir mal, was... Wo wir hinkommen mit dem QR-Code. Nirgends. Mein Handy registriert es nicht. Ne. Kann er nicht lesen. Mein iPhone. Ne. Funktioniert ja super, Disney. Ne. Da kommt nichts. Und iPhone ist ja eigentlich immer ganz gut mit QR-Code. Naja. Auf jeden Fall gab es die Ohren. Und das Problem bei diesen Ohren ist, eine gute Schleife zu finden, weil die schon sehr... Weil die halt so aus Plastik ist und so. Und die sind tatsächlich manchmal schief. Und, ähm, hier diese... Dieses Ding kippt auch die ganze Zeit nach hinten. Naja. Aber das sind jetzt Ohren, die ich wahrscheinlich erst zum Ersten dann im Frühjahr anziehen werde. Weil ich habe ja immer so einen Tick. Ich muss ja immer farblich dem... Der Season passen und so. Und deswegen, ähm, das ist für mich mega frühlingshaft. Und, ähm, wird wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr ausgeführt. Mit dem passenden T-Shirt, habe ich ja schon gesagt. Oder Top. T-Shirt ist ja nicht. Ich, äh, hat 26 Euro gekostet. Und sieht so aus. Finde ich auch super schön. Mit dem It's a Small World Logo. Ja. Übrigens, diese Lichtsituation, die muss ich ja noch ein bisschen updaten. Weil ich habe immer noch nur dieses neben, kleine Licht neben der Kamera. Ja, ich muss mir aber irgendwann noch neue Softboxen oder so große Lichter noch kaufen für hier. Ähm, kommt aber irgendwann mal. Ja. Also das für 26 Euro. Und dann das letzte Teil von der Attraction Collection. Habe ich mir jetzt selbst gekauft, letztes Wochenende. Weil, äh, ich den echt schön fand. Es hat nicht geregnet. Und jetzt, jetzt kommt Daniel bestimmt wieder. Eine Followerin hat mich gefragt, ob ich den Schirm denn offen zeigen kann. Habe ich gemacht in meiner Story. Und Daniel so, das kannst du nicht machen. Du kannst auch den Schirm nicht im Innenraum öffnen. Das bringt Unglück. Okay. Daniel, ich mache es jetzt nochmal. Ich bin nicht so abergläubig. Also der Schirm hat 30 Euro gekostet. Und was ich cool finde, ist, hat es... Also jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier nichts mehr gut mache. So, ich habe ihn geöffnet. Ja, so sieht er aus. Mit It's a Small World vorne dran. Und ansonsten, ja. Das coole ist, man kann auch wieder draufklicken, um ihn zuzumachen. Kann auch nicht jeder Schirm. Die meisten gehen dann halt mit Knopfdruck auf. Aber nicht jeder geht dann auch mit Knopfdruck zu. Ja, superschön. Und macht dann echt gute Laune, wenn es trotzdem draußen regnet. Und als letztes, was ich mir gekauft habe im Park, ist die Disney 100 Tasse. Die gab es in Victorias. Habe ich mir mit einem Espresso bestellt. Nur die Tasse kostet, glaube ich, 16 Euro. Also es ist nicht günstig. Aber hier ist das Disney Paris Logo drauf. Mit den Disney 100 Charakteren. Und hier steht auch Disney 100. Also echt schön. Gibt es halt nur vor Ort. Und ja, Disney ist auch nicht riesig, die Tasse. Aber für einen kleinen Kaffee reicht es. Ja, und das war es. Das ist, ja siehst du, das sage ich ja. Das Licht, die Lichtsituation. Jetzt ist der Akku leer vor der Leuchte. Eine Sekunde. Ja, so ist das manchmal. Genau. Was ich jetzt, ob ich was nächste Woche kaufe. Ich müsste mir den Dumbo Charm kaufen. Von Pandora. Und theoretisch auch noch Miki. Aber beide auf einmal, das geht nicht. Das ist ja, wie gesagt, ein halbes Vermögen. Der Miki Charm kostet jetzt, glaube ich, 199 Euro. Und der Dumbo 170. Also, die werden ja immer teurer. Was kostet dann der letzte Charm? Also, ich hoffe, dass es die noch ein bisschen länger geben wird. Wie gesagt, beim nächsten Mal nehme ich dann Dumbo wahrscheinlich mit, wenn ich jetzt nächste Woche da bin. Und ob ich noch was mitnehme, weiß ich noch nicht. Ähm, genau. Obwohl ich ja sagen muss, dass die Tasse eigentlich zum Oktober-Haul gehört. Weil ich die erst am 2. Oktober gekauft habe im Park. Genau. Und den Schirm eigentlich auch. Aber ich wollte die jetzt halt benutzen und den Schirm auch. Weil sonst liegt das bei mir ja immer in einer Ecke bis zum Haul. Dann benutze ich die Sachen auch nicht. Ähm, also theoretisch Tasse und Schirm gehören eigentlich in den Oktober-Haul. Ähm, habe ich euch aber jetzt trotzdem gezeigt. Naja, machen wir jetzt noch weiter mit Harry Potter. Also, Harry Potter. Ähm, ich passe jetzt nicht gut zum Disney, aber ich weiß, dass einige Harry Potter-Fans auch da draußen sind. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch die Sachen. Also, einmal bei SheInn gibt es eine Harry Potter-Kollektion. Und jetzt muss ich wieder gleich nachgucken, was es gekostet hat. Einmal habe ich mir die Gryffindor-Socken bestellt. Dann einmal einen Fischerhut. Mit Harry Potter-Logo vorne und dem Schnatz auf dem Hut. Und dann einmal hier die Kappe. Eigentlich nur eine schwarze Kappe. Und hier an der Seite steht Harry Potter und da ist auch der Schnatz. Denn Daria und ich sind ja am 8. Dezember bei der neuen Harry Potter-Ausstellung in Köln. Im Odysseum. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Aber auf jeden Fall ersetzt es Jurassic Park. Und es ist nicht dieselbe, wie die jetzt, wo wir in Wien waren und in Paris. Das ist komplett was anderes. Und wenn es, wie, ich war ja nicht bei Jurassic Park, aber ich habe ja nur Positives gehört. Und wenn es genauso positiv mit Harry Potter ist, bin ich sofort dabei. Also wie gesagt, Daria und ich sind am 8. Dezember vor Ort. Ähm, genau. Und dann habe ich mir noch dieses Bré gekauft von Harry Potter. Jetzt muss ich gucken, so rum. Von Gryffindor. Hier vorne steht auch Gryffindor. Ja. Wie gesagt, gab es bei Shein. Jetzt muss ich aber nochmal nach den Preisen gucken. Also. Das Bré war 6,30 Euro. Die Kappe hier war 7 Euro mit Rabatt. Der Fischerhut war 6 Euro. Und die Socken waren 3 Euro bei Shein. Falls es die Sachen noch gibt, verlinke ich euch sie natürlich gerne unten in der Infobox. Ja. Und das besonderste Teil von Harry Potter ist mein erster Harry Potter Spirit Jersey. Und zwar. Vielen Dank an The Magics. Vorher hießen sie The Disneys. Ja. Waren in. Also er war in New York. Und war im Harry Potter Store. Und dann hat er ihnen, sorry, diese Spirit Jersey gekauft. Und dann habe ich ganz lieb gefragt, ob er da noch Platz im Koffer hätte. Und ja, hatte er. Und hat mir diesen Spirit Jersey mitgebracht. Mega lieb. Ich weiß gar nicht, was er jetzt am Ende gekostet hat. Auf jeden Fall so, glaube ich, zwischen 70 und 80 Dollar. Der Preis ist jetzt nicht mehr dran. Und wie gesagt, hinten steht Harry Potter drauf. New York. Richtig cool. Und vorne. Also ich muss auch mal wieder nach New York. Und vorne hier dieses Zeichen. Allein wegen diesem Harry Potter Store. Da gab es so geile Spirit Jerseys. Also ich wäre da, glaube ich, nicht ohne drei Stück rausgegangen. Also vielen Dank an der Stelle. Ja, liebe ich. Mein erster Harry Potter Spirit Jersey. Wird auf jeden Fall auch am 8. Dezember getragen. Das kann ich euch versichern. Und dann hat er mir noch die Tasche mitgebracht. Eine Einkaufstasche auch aus dem Store. Mit diesem schönen Bild, was ich ja auch als Wandbild habe. Das hängt doch bei meinem Freund in meinem Schlafzimmer. Ja, weiß gar nicht, was die. Ich glaube, die hat... Ach, steht. 5 Dollar. Genau. Die hat 5 Dollar gekostet. Ich hätte jetzt nochmal doch den Preis drauf. Ach, doch, steht. 69 Dollar. Genau. Aber da kommt ja immer noch Text drauf in Amerika. Ja, und das war's. Das war alles, was ich im September geshoppt habe von Disney und Harry Potter. Ja, wie gesagt, nächstes Wochenende im Disney in Paris zum 100. Geburtstag. Es wird sehr aufregend. Also schaltet auf jeden Fall ein in die Vlogs. Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.